All I have to do is stream, Teil 4, Abtakt 29, rechte Handzeigefinger A, linke Handkleinerfinger C. Pause. Weg. 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 33 aufpassen, aufs Mitzählen, damit die Noten in der richtigen Länge sind. Zweiter Finger A, wir machen es noch einmal durch. Eins und zwei und drei und vier. Und wir werden langsamer. Ritadando heißt langsamer werden. Und der Abschlussakkord. Zwei und drei und vier und weg.